Oh ja, hervorragend. Das ist schwierig, oder? Sack. Ich bin gerade gesprungen als du bist. Entschuldigung. Das wollte ich gar nicht. Du hast mich beim ersten Mal fast getötet und beim zweiten Mal geklappt. Zu komisch. Das war nicht so beabsichtigt. Geht's hier links? Links geht's auch weiter. Oh, ne, das ist gar nicht. Ah, ja. Ähm. Ja. Schaust du das? Was, soll ich da springen? Ja. Ne. Wenn ich mich hochziehen muss, ist es so... Ne, das geht nicht. Okay. Hm, vielleicht will ich es ein bisschen tiefer machen. Jetzt. Sehr gut. Oh. Oh. Eine riesengroße Flasche. Sehr gut. Sehr nice. Oh, was ist das denn? Wie schön. Was ist die denn? Die klingt aber fies. Die sieht so ein bisschen aus wie die aus Harry Potter. Mit dem komischen Diadem da. Sieht so aus, als würden gleich wieder Wölfe kommen. Wie hieß die? Ravenclaw? Mafalda? Wie hieß die denn? Mafalda? Mafalda Ravenclaw? Willst du rein mit so einer Kugel? Ne, das geht gar nicht. Rollen? Ne, ne, ich glaub das... Du kannst die rollen. Dann geht das doch... Nicht rein! Doch. Ne, du musst... Das muss nur drauf auf das Ding rollen. Achso. Ah. Das hab ich nicht verstanden so schnell. Ah, komm mal hier runter, ja? Mach mal auf das Ding. Mach mal was? Nehmen wir mal nochmal zu das Ding. Mach mal nochmal zu. Mach mal auf. Sehr gut. Oh, guck mal. Wat dat denn? Mhm. 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 Kiste vielleicht? Mhm. Kugel? Oh. Halt! Stopp! Ja, und jetzt? Jetzt nochmal so. Ja, okay. Ähm. Jetzt kommt es wenigstens nicht mehr. Ja. Jetzt muss ich... Da brauchst du ein Seil dran. Wahrscheinlich. Kannst du nur ein Seil machen? Ein Punkt. Ja? Bin ich beide da drauf? Okay. Äh, ich glaube nicht. Aber kannst du... Kannst du zwei Seile theoretisch machen? Äh... Ne, warte mal. Ich muss es länger machen. Länger, länger, länger. Ja? Ja, jetzt an die Kugel. Äh, ja. Ach nee, ich muss es andersrum machen. Äh, ja, so geht auch. Okay, an die Kugel ran. Das reicht. Ne, länger geht nicht. Also an die Kugel. Och. Ich hab doch rechts geklickt. Hm. Ja, mir reicht das wahrscheinlich. Ach so. Danke. Danke. Dankeschön. Na, aber... Gentleman. So, und jetzt? Aber nur, wenn er dich umbringt. Ah ja. Nein, ja. Aha. Oben ist nochmal eins. Ah ja. Huch. Falsche Taste. Oh. Jetzt hab ich's eingefroren. Jetzt hast du eingefroren. Stimmt, das geht ja auch noch. Ach, das hab ich ganz vergessen, dass wir das können. Vielleicht hätten wir den Klotz einfrieren können. Den Klotz? Ja, bei unserem Rätsel. Vielleicht hätten wir den oben festfrieren können. Vielleicht wär das gegangen, ja? Naja. Toll, grün. Toll, das bin ich jetzt einfach. Weißt, nach zwei Wochen deine ganzen Fähigkeiten. Da geht's bestimmt auch irgendwie hoch, oder? Natürlich. Nee, eben. Das weiß man ja nie mehr. Ich weiß das wahrscheinlich seit einer Woche nicht mehr. Ja. Ist das auch ohne? Juhu, ich glaub das war's. Da ist nix mehr. Schade. Oh, und auf Dienstag freu ich mich. Dienstag? Ja, da ist Ori and the Risp of the Rasp. Glaub ich hieß es. Okay, was soll ich denn springen? Soll ich dann? Ja, irgendwie sowas. Ja. Zieh mal. Geht nicht. Muss gehen. Mach was? Warte mal. Ich geh mal rüber und dann zieh's. Mhm. Und jetzt ein Eispfeil? Okay, das geht wahrscheinlich auch so. Das geht nicht mehr hoch, oder? Doch. Ja. Ist ja gut. Oh, ne Kiste wahrscheinlich. Hä, wo ist meine Kiste? Ich... Keine Ahnung. Ich hab ne Kiste, aber die ist unsichtbar. Ja, mach ne neue. Ja, versuch ich ja. Geht nicht. Sehr gut. Ist Sirius jetzt eigentlich wieder da? Ach ne, Sirius ist gar nicht mehr im Channel. Hä? Wann hast du ja abgehauen? Weiß ich gar nicht. Wann hast du ja abgehauen? Irgendwas ist doch bis hier unten, ne? Ja. Vielleicht. Ja, vielleicht. Warte. Ah. Oh ne, das ist nicht so gut. Doch. Da vorne. Ne, mit dem Seil mein ich. Echt? Stürfst du nicht? Nö. Ja, das klappt. Kommst du mit? Ach so, geht's da weiter, oder? Ne, da geht's rein, ja klar. Ui. Ja mei, was ist das denn? Oh, da ist aber viel. Ah, hier kannst du mit deiner Gefriertruher-Geschichte, oder kannst die an... Ah, warte mal, du kannst die auch. Ja? Ne? Ah, du musst beide. Ja, ja. Stell rauf. Und dann frierst du den einen, wenn der da hinten ist. Was? Das hast du doch jetzt drauf hier mit dem Einfrieren, oder? Stell ihn drauf. Hey, wieso fallen die denn runter? Warte, ich helf dir. Ja, mach einfach. Ne, die Dings. Warte. Jetzt. Nein! Ist egal, kann die Plattform trotzdem. Die Plattform muss sein. Ja? Ja, ja, ich weiß, ich versuch die auch zu treffen, aber... Ich versuch mal den hier. Der Klotzt ist einfach größer. Ach, komm mal her. Ach, das dringt doch mal weg jetzt. Soll ich einfach mal die Plattform ein? Ja. Genau. Hervorragend. Ne, das funktioniert nicht, ne? Doch. Ach, das dauert eine Weile. Ach, du kannst nur einen. Ach, aber den zweiten kriegt man doch auch so hin. Mensch. Äh, mach doch mal ne Kiste. Deck ich. Na, E musst du drücken. Ach so. Mit... Mit... Mit Kuh machst du die Kugel und mit... Oh. Oh je. Guck mal. Hm. Das ist aber ein dicker Klotz. Die musst du wahrscheinlich dann wegmachen, oder? Ah, genau. Was macht's denn? Das klatscht. Das klatscht die rum. Das, was du willst. Sowieso. Das geht. Hm. Hier, mach E. Hä? Das klatscht die runter. Kann ich draufstehen? So, jetzt aber. Äh, was? Okay, weiter. Kannst du ne Kiste dahin halten? Ach so, ich glaub wir müssen das... Wir müssen das dann da rausziehen. Vielleicht kann ich das ja drüben irgendwo festmachen mit ihr, dass das nicht hin und her... ...witscht. Ähm... Nein. Ich glaube dann eher andersrum. Warte mal. Wieder drüben kann ich's nicht festmachen. Ja, ich glaube du musst den Rechten... Ah! Ich muss den Rechten einfrieren und den Linken dann daran festmachen. Friere mal den Rechten ein. Zack. Sehr gut. Und jetzt... findest du den so fest, dass der... ...ja, nicht mehr abhauen kann. Sehr gut. Bin fest. Sehr gut. So, jetzt machen wir das da... ...da rüber. Oh! Gott! Meinst du, das funktioniert noch? Na klar. Gut, und jetzt musst du noch das hier weg... Kannst du das wegmachen oder was ist das hier? Ups! Juhu! Deine Kiste! Wir sind einfach toll! Wow! Oh, jetzt bin ich direkt in den Westen. Au! Oh! Wir haben irgendwas freigeschaltet. Irgendwo im Hauptmenü versteckt. Ein Schlüssel. Ah! Ein Schlüssel! Oh, warte mal! Dann haben wir... Wo ist denn hier Sammlung? Sammlungen? Schätze? Haben wir jetzt hier so ein Schatz... Schatzdingskombi voll? Wir kriegen nämlich irgendwo... Traumschlüssel, warte mal. Wir kriegen nämlich Schlüssel für Sachen, die wir entdecken. Ja, 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 Kronleuchter. Hä? Hast du drei Kronleuchter-Sachen? Drück mal Escape und dann geh mal in Sammlung. Hast du dabei Kleinkram, bei Kronleuchter drei Sachen? Kronleuchter, ja. Ach so, dadurch, dass es deine Lobby ist, habe ich das nicht. Hm. Aber ist nicht so schlimm. Also wenn du das hast... Das ist trotzdem blöd, oder? Dass du das nicht hast. Aber ist nicht so schlimm. Wenn wir denn an einer Lobby sind, dann können wir das beide finden. Der ist es plus, weil ich jetzt in der Lobby bin gerade. Muss auch grun. Ja, ist okay. Oh-oh. Löser Ziegenmann! Ach du. Oha-oh. Böser Ziegenmann! Böser Ziegenmann! Achtung. Und der Karstige. Was ist das hübsch hier, ne? Kannst du sagen, also Trine unwahrscheinlich hübsches Spiel. Ja. Alle Teile. Atmosphärisch. Grafisch. Wirklich sehr schön designt. Was ist das? Haben wir hier irgendwas machen? Nichts. Hier können wir zu Sailor Moon werden. Willst du mit mir Sailor Moon werden? Grün? Sind wir beide zusammen? Irgendwas müssen wir machen, weil hier geht's nicht weiter. Achso, ja. Eine Kugel vorhalten sicherlich. Ich wollte gerade sagen, es sieht so aus, als wenn ihr genau da reinpasst. Oh, wir waren zu Sailor Moon, Leute! Juhu! Juhu! Im Namen des Mondes! Ich werde euch bestrafen. Ja, da war noch was. Ich hab's gesehen. Und dein! Aha. Aha. Ähm, ja. Okay, ja. War gar nicht so schlecht. Muss ich nur noch hochkommen. Und jetzt musst du noch schwingen. Wui! 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 Bäm, 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 bäm! Kann ich damit irgendwo genauer hinschießen? Nee. Mhm. Was bringt uns das? Was bringen die Haken? Ja, kannst du erst mal eine Kiste vor das Ding stellen? Dann haben wir erst mal Ruhe, ja. Okay, und jetzt kannst du mit dem Haken hier... Dann kann ich unten nichts zum Rollen machen, ne? Ja. Aber hake mal, da ist ja so ein Haken dran. Kannst du den Haken hier oben dran... Nee, nicht das... Weg damit. Was? Den unteren, da unten ist ein Haken. Den hier oben dran hängen. Ja, fast. Erst ziehen? Ja. Achso. Oh ja, okay. Bringt uns das was? Nee, ne? Nicht so ganz. Unten ist ja nichts, oder? Ist unten... Doch, da kannst du bestimmt reinrollen. Doch, doch. Guck mal, da links geht's runter. Na, dann machen wir so. Dann mach ich dir jetzt... Aber nicht da stehen bleiben. Ich geh mal weiter weg. Na, komm doch her. Du bist aber auch wagemutig. Okay, ich roll mal da rein. Ui. Juhu. Ob wir das sehen können? Ich glaub schon. So, und jetzt... Nein, du mein... Pack, pack, pack. ... in die Kiste, warte. Mhm. Sehr gut. Bin begeistert. Vollends. Na, warum sind hier keine Gegner? Aha. Ah ja. Aha, ja, hab ich verstanden. Ich hab mich festgehalten. Hast du verstanden? Nö. Warum nicht? Mö, das ist wieder schlecht. Okay, lass uns mal kurz rätseln. Naja. Ja. Nö, kein Plan. Ich bin heute netzung. Es gibt so eine Fähigkeit, die du heute entdeckt hast. Mit der Kugel, oder was? Nee. Nee. So, dass wir es einfrieren können, meinst du? Mhm. Aber da muss ja jemand anders, das kann ich ja nicht beides gleichzeitig machen. Nee, du lässt jetzt die Kiste einfach los. Und frierst die Plattform ein. Meinst du, die kann hier einfrieren? Na, warum denn nicht? Jetzt schließt die Kiste drauf. Ja, das war's gut. Ich will nochmal sicher gehen. So, hervorragend. Und dann bringst du dir auf der Seite noch was aus. Too easy, oder? Ja, ich helf dir. Naja, jetzt kann ich ja einfach. Ja. Achso. Naja, fast. Das fällt mir zu. Kiste? Ja, ja, aber die Kiste ist ja auch nicht viel größer als das, oder? Ja, aber da kann ich draufklettern. Ja, aber. Da geht es aber trotzdem nicht auf. Na, dann stell mir die auf den Kopf. Hier auf den Kopf stellen. Mhm. Und dann, wo kommst du dann durch? Dann bleibst du dahinter, schwebst, lässt sie schweben. Achso. Sehr gut. Boah, das war aber ganz schön durchgekackt, oder? Ja, gekonnt. Oh, oh. Ich weiß nicht, ob ich das schon möchte. Na, es ist aber nix hier. Immer wiederum im Hintergrund, ne? So'n Ding, so'n Gewicht nach oben geht dann. Ich weiß nicht, ob da oben was ist. Nicht dann alles gedacht. Was sah so komisch aus. Ne, ich glaub nicht. Ich glaub, wir müssen hier runter. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, ich kann nie einflieren. Ist da, dass ich mein Blitzschwertsteil nenne? Oder so. Das blitzt nicht die ganze Zeit. Gibt's noch mehr? Oh, ja. Puck, puck, puck. Puck, puck, puck. Puck, puck, puck. Ah. Oh, ja, okay. Das war easy. War da links noch was? Ich gehe davon aus, da gibt's so zwei da gehen. Nein, hier ist nix. Ob wir wieder so'ne Levelübersicht haben? Meinst du so'ne Levelübersicht? Ach so. Ja, wo wir sehen, wie viel wir abgeschossen haben. Ja, ja, ich glaub, ja, 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 ich glaub, ist... Vor uns hab ich gesehen, dass das angezeigt wird. Okay. Bist du einhundertprozentig interessiert? Haben wir bei jedem Teil einhundertprozentig gemacht? Nee, haben wir nicht bei allem, glaub ich. Hallo. Meine Augen schau. Die Helden eilten in Richtung des Hilferufs. Es klang ganz, als sei ein freundlicher Waldbewohner in großer Bedrängnis. Mr. Dax? Der Dax-Soulon. Ich hoffe, es geht ihm gut da oben. Schnell raus aus der Hülle. Lasst uns nachsehen, was los ist. Ich tehe auch noch mehr Albträume. Einfrieren. Einfrieren. Und Kiste. Kiste nochmal. Sehr gut. Mann. Wahnsinn. Das ist schwer gemacht, gell? Wahnsinn. So alles kann. Wie ein innerfrostiges Teleportieren. Oh. Das hört sich wieder nach Feinden an hier, oder? Hüpfkugel. Doch, wenn du kommst, bestimmt. Nee. Nee. Hier wohnt doch der Dax. Guck mal, da ist er. Natürlich, natürlich, natürlich. Natürlich. Guck mal, riesen Pilze hat er hier. Du meine Güte. Meine Albträume wurden lebendig und jagten mich aus dem Haus. Ich habe nur Angst um mein Forschungstagebuch. Könnt ihr es für mich retten, oh Helden? Gerne gegen eine Belohnung, aber ich mache mir keine große Hoffnung. Guck mal, da ist es für mich retten, oh Helden, aber ich mache mir eine große Hoffnung. Guck mal, da ist es für mich retten, oh Helden, aber ich mache mir eine große Hoffnung. ja ja ist der Plan ich weiß nicht, gibt es keinen Michelin gerade einfrieren ja ja, aber ich kann ja keinen Bogen schießen jetzt oder ich kann meine Pfeile gerade nicht wechseln ah, jetzt kann ich sie wechseln sehr gut und weiter geht's ja, sonst gibt es nix hier ne ich glaube nicht wir sind so verwöhnt oh, hier kann ich was gegen schießen aha jetzt kommt diese Einfriermechanik aber ganz schön oft ne, ich glaube eine Kugel vorrangig das ist nochmal hoch, oder? ja wow, hier ist ja richtig viel da, wo der Dachs wohnt bist du in Frankfurt, oder was? da wohnt dann der Dachs, ja? ja kriegt es da was hoch? der Dachs schon, ja oh, was haben wir denn hier? oh oh grün räumt erstmal leer hier oh, jetzt so, möchte ich eine Hüpfkugel haben? möchte ich teleportieren? wäre eigentlich cool, ne? schwebende Gegner wäre eigentlich auch was ja, teleportieren habe ich gemacht ja, ich glaube das ist auch sinnvoll teleportieren ist, glaube ich the way to naja, aber ich weiß nicht, ob du es noch übrig ja, ich glaube schon ne, der musste stampfen kann doch gar nicht stampfen na klar, lass den mal schweben und dann drück mal Steuerung wie denn? du weißt nicht, Steuerung? doch, doch warte, warte mal oder Shift? nee nee, Shift ist teleportieren doch, du kannst den irgendwie doch, du musst den nur heben, also in deiner Hand lassen und dann Steuerung drücken ne hä, lass mal Charakter tauschen ah, jetzt ah und, wie war's? ja, ich, äh hab wieder, ich muss den fallen lassen und dann ach so, nee, nee ja, alles was für ein Durcheinander Gegner oder? sieht fast so aus, ja wow böse Mächte hier sind Gegner jetzt kommen die kleine 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 immer machen ja alles in Iran ich mache über einen Rulon dran ja genau Igor Rulon Rulon Schraubulon Schraubulon Taubulon Oh, was ist denn hier? Ein Schornchen Ruhon Ein Brief gefunden Na, dann schauen wir mal Ich schreibe im Auftrag des Bibliotheksverlags der Astralakademie Wir würden gerne das Naturkundetagebuch eines Daxes veröffentlichen Oh Ups Aus euren früheren Briefen ging hervor, dass ihr das Manuskript verlendet habt Bitte lasst es uns bei möglichen zu kommen Vielen Dank Vielen Dank Bibliotheksverlag der Astralakademie Nice Der Taubulon Huch Da ist alle in seinen Schubladen Ja Der hat da richtig krassen Shit drin Das Zeug was ballert Grün Ja, geht's Da bist man durch Irgendwie, ne? Ja Ach nein Ich wollte doch gar nicht Ah, wir können hier noch hoch irgendwie Ich kann's nicht Schiff Nee Du wirst es hier Um diese Stange rum Wickeln müssen Glaub ich Ja Na fast Ja Vielleicht Ja, vielleicht auch so Ja, mach mal Ach so Einfrieren Ja Jetzt können wir erst mal hier oben Dann muss ich aber runter Nee, du musst Achso Ja Das ist doch gar nichts Doch, doch Oder Jetzt habe ich Ich hab's Das Ja Ja Dann haben wir erst mal das So Und dann Feuer, Marianne Wir müssen das noch mal So Jetzt gehst du da raus Und ziehst du es noch mal auf So Hab ich Na Wir sind einfach top Ja Also das Spiel Das haben wir ja wohl gefressen Hier Oh, was ist denn das? Hm, guck mal Komische Pflanzen Die so Dunst machen Aha Äh Okay Ich schieb dir erst mal Den Ball zurück Das wird spannend Vielleicht Geht's da weiter Oder? Ja Naja Jetzt Wahrscheinlich die Kugel Da rein Ja Jetzt musst du das Schweben lassen So Vielleicht Halt Kugel Gibt es ja Aha Guck mal Das sieht so cool Sieht so cool Auch immer im Hintergrund aus Dass da die Gänge Immer nach hinten gehen Und so Ich find das wirklich Optisch richtig hübsch Ich bin richtig begeistert Von jedem einzelnen Teil Also alle vier Teile Machen wir richtig Machen wir richtig viel Spaß Liegt natürlich auch am Spielpartner Naja Ganz wichtig Ja mit jemand anders Hätte ich wahrscheinlich Nicht so viel Spaß gehabt Oh Ja Verstanden Aha Ja hab ich verstanden Magst du mal Kannst du das so Ich glaube nicht Da musst du vielleicht Auf die Plattform Ne das ist der Trick hier Ne du musst es einfrieren An der richtigen Achso ich muss es einfrieren Ich kann sogar nicht einfrieren Ja ja Klar Achso du meinst Achso du meinst Das ist vielleicht ein Stück Ja Nee Ja doch Okay das fallen Easy Oh unten war jetzt nichts mehr ne Da war ich schon drin Da durfte eigentlich nichts sein Da oben war auch nichts mehr Ne Spinnen Feuerzeug Bitte Spinnen Naja Könnte mir ein bisschen Mehr Power Kannst du anstehen Wieso du machst du doch Machst du doch fast alleine Tod Bisschen was du noch für Power willst Ich brauch noch mehr Power Ich brauch noch einfach Power Ich bin nicht stark genug Nur bei der anderen Und ich bin nicht stark genug Äh Scrumi Movie 2 glaube ich Kennst du den? Den? Scary Movie Den zweiten Teil Ja ja Wo die am Anfang Ja ja Die Anfangsszene ist so geil Wie die da in so einem alten Haus Irgendwie singen Und dann kommt so das Mädchen runter Also die ganze Familie ist total glücklich Und machen so Musik am Klavier und so Und dann kommt so das Mädchen runter Dieses Besessene Stellt sich so in den Eingang Von dem Von dem Zimmer da Hat so ein Nachthemd an Und fängt erstmal an Da richtig los zu pissen Und macht dann Ihr seid so scheiße Das ist so geil Wie der da Oh mein Gott Die streut ja wie ein Gaul Oder so sagt die dann Das war echt lustig Da hatte ich sehr viel Spaß dran Das war wirklich richtig gut Entschuldigt Leute Ich wollte nicht spoilern Aber ich glaub der Film ist schon 20 Jahre alt Und jetzt hast du alles erzählt Mensch Ich glaub den zweiten Den fand ich auch am besten Tatsächlich Der zweite war das Der vierte Oder der zweite Nee Der wird jetzt etwas besser Ja ich find den auch besser Hier brauch ich dich noch Ja Mein Habt ihr eigentlich schon All euren Freunden Von diesem wunderbaren Twitch-Kanal erzählt Welche Freunde Ja Ja Frag ich mich auch mal Mhm Mh Ja Oh So gut Ja Ihr seid Ja Ich weiß Ja 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 Ja